Manchmal klappt es einfach nicht. Manchmal hat man einfach Probleme mit manchen Verbindungen. Und besonders bei sehr komplizierten Serververbindungen kann das sehr, sehr schwer zu debuggen sein, wenn man ein gewisses Tool nicht kennt. Und das möchte ich euch heute zeigen. Es geht um TCP-Dump. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Hetzner. Auf Hetzner.com könnt ihr euch alles holen, was das Server-Administratorenherz begehrt. Von Webhosting über Storage und Managed Servern bis hin zu dedizierten Servern oder Cloud ist alles dabei. Für diese Tutorials nutzen wir einen dedizierten, sehr leistungsstarken AX41-Server mit 6 Kern und 64 GB RAM. So kann ich euch alle Techniken zeigen, die ich euch zeigen möchte. Für viele Fälle machen aber auch schon kleinere Server durchaus Sinn. Mehr Informationen sowie eine grundlegende Tutorial-Reihe für die ersten wichtigen Schritte auf eurem Server findet ihr, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Viel Spaß! Okay, also folgende Situation. Das ist unser Server-Layout. Ganz grob. Und wir haben hier natürlich Zugriff auf diesen Server hier. Wir kommen aber vielleicht nicht unbedingt auf diesen Server. Und dann ist es natürlich interessant zu sehen, wo kommen Pakete denn eigentlich an? Und wo gehen sie vielleicht verloren? Und dazu benutzen wir an unseren Proxmox TCP-Dump zum Beispiel. Ihr könnt das natürlich auch bei euch zu Hause machen und einfach mal alle TCP-Pakete mitschneiden. Da finde ich aber die Wireshark-grafische Oberfläche fast ein bisschen intuitiver. Trotzdem kann man sich das natürlich hier mal angucken. Und TCP-Dump könnt ihr installieren über apt-install-tcp-dump. Ist aber meistens gar nicht nötig, denn er ist sowieso meistens vorinstalliert. Aber falls ihr ihn nicht habt, könnt ihr ihn einfach über die Paketquellen installieren. Das ganze Ding funktioniert ausschließlich über die Kommandozeile. Und das macht es für Server sehr, sehr attraktiv natürlich. Falls ihr euch nicht ganz sicher seid, was ihr für Interfaces habt bei euch, wo ihr quasi drauf lauschen wollt, dann wäre es am sinnvollsten erstmal minus D zu machen. Dann seht ihr nämlich, wo ihr überall drauf hören könnt. Und hier wird es jetzt sehr, sehr spannend. Ihr könnt nämlich Verbindungen abhören. Wir haben uns ja hier auf dem Server eine normale allgemeine Internetverbindung eingerichtet. Aber wir haben auch eine virtuelle Brücke eingerichtet. Und wir können auf beiden hören. Selbstverständlich können wir übrigens auch über Bluetooth hören oder über andere Geräte, die ihr vielleicht angeschlossen habt. In unserem Fall ist aber natürlich interessant, dieses Gerät und dieses Gerät. Und um das nochmal kurz zu illustrieren, hier an unserem Proxmox sieht das so aus. Da liegt das öffentliche Internet. Das heißt, hier liegt ENP9S0. Hier wiederum liegt eine virtuelle Brücke an. Und das ist die VMBR0. Und das haben wir so eingerichtet. Und wenn ich jetzt überprüfen möchte, ob ich alles richtig eingerichtet habe, dann kann ich natürlich Schritt für Schritt gehen und mal gucken. Das heißt, was ich mache ist, ich lausche nicht an allen Interfaces gleichzeitig, sondern ich lausche immer nur an einem Interface. Ich kann auch an allen lauschen übrigens. Das Ganze sieht so aus. TCP dump minus ENI. Kann ich machen. Und dann kriege ich halt sehr, sehr viele Pakete einfach, die da halt drauf kommen. Was ich machen kann, ist aber, ich kann einfach sagen, ENP9S0. Und dann kriege ich nur noch die Pakete, die hier reinkommen. Das hat nichts mit unserer Brücke zu tun. Also die Pakete, die auf die Brücke fließen, die sind genau nicht drauf. Das ist nur der öffentliche Traffic, der hier jederzeit reinkommt. Wenn ich jetzt hier auf VMBR0 wechsle, dann sehe ich nur noch die Pakete, die wirklich zu OpenSense weitergeleitet werden. Sprich, die nicht an Proxmox gehen, sondern weitergeleitet werden sollen. Und hier sehen wir, hier hat schon mal jemand probiert, einmal das ganze Ding anzupingen. Und da sehen wir auch, was da tatsächlich passiert. Kommt, brich's ab. Das bedeutet für uns im Endeffekt, wir können hier untersuchen, welche Pakete kommen auf Proxmox an und welche Pakete gehen weiter an unsere OpenSense, also auf dieser Verbindung hier. Wir können nicht hingegen untersuchen, welche Pakete von der OpenSense erhalten werden. Wir können nur sehen, welche Pakete wir quasi von Proxmox aus an die OpenSense schicken. Denn unser TCP-Dump läuft ja derzeit hier. Und dementsprechend können wir natürlich auch nicht bei der OpenSense gucken, was da ankommt. Aber wir sehen zumindest, was wir senden. So, vielleicht noch ganz kurz so ein bisschen die Hilfe quasi durchgegangen, um sie euch zu erklären. Einmal ganz kurz man-TCP-Dump. Und hier sehen wir auch schon, was da passiert. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Optionen hier. Ihr könnt euch das gerne auch alles durchlesen. Die interessanten Optionen findet ihr natürlich wie immer hier unten. So, das heißt, wir sehen hier zum Beispiel alle Pakete. Wir sehen die AS und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Optionen. Wenn ihr irgendwas Genaueres braucht, schaut euch die an. Interessant finde ich persönlich allerdings folgende Optionen. Also man kann tatsächlich mit minus Q, wir machen das jetzt einfach mal mit dem Interface hier, weil das sind wirklich sehr, sehr viele Sachen, die da reinkommen. Das ist einfach zu viel. Und wenn wir jetzt minus Q hinten dranhängen, dann sind die Informationen plötzlich etwas komprimierter. Das heißt vielleicht auch ein bisschen übersichtlicher, so dass wir wissen, was das eher sein soll. Ist aber immer noch sehr, sehr viel natürlich. Wir können aber auch das Ganze umkehren und sagen, hey, wir wollen verbosen Output. Das heißt, wir kriegen mehr Informationen. Ihr seht es hier, ist einfach mehr dabei. Zum Beispiel AX und so weiter, waren vorher nicht dabei. Wir können jetzt aber noch mehr machen. VV gibt noch mehr Output und VVV gibt den meisten Output, wenn ihr wirklich die kompletten Paketdaten haben wollt. Das ist meistens auch einfach ein bisschen zu viel für, naja, für alle, ja, für alle Beteiligten. Das heißt, was man eher haben möchte, ist eigentlich die Ausgabe. Also wenn man nicht einfach nur gucken möchte, bekomme ich überhaupt eine Verbindung rein, dann ist es vielleicht tatsächlich sinnvoll, sich das Ganze in eine Datei zu schreiben. Und da gibt es zwei Varianten dafür. Nämlich einmal haben wir die Möglichkeit, es in eine Datei in RAW-Daten zu schreiben. Ja, das bedeutet, wir machen hier ein minus W minus oder noch besser eigentlich ein minus W out.dump. Ja, und dann kann ich diese Datei hier quasi mir anschauen. So, das heißt, was ich jetzt machen kann, ist, das wird alles in die Datei reingeschrieben und ich kann dann später zum Beispiel diese Datei in Wireshark tatsächlich laden. Das funktioniert. Und ist eigentlich ein guter Trick, um dann eben auch diese Pakete zu analysieren. Mach ich jetzt hier nicht, sonst wird das einfach ein bisschen unübersichtlich. Nur, dass ihr diese Optionen kennt. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit, hier zum Beispiel zu sagen, hey, wir wollen nur TCP-Pakete haben. Klar. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, wir wollen nur UDP-Pakete. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, wir wollen nur Port 80 haben. Dann sehen wir, es ist schon mal deutlich weniger, weil diese ganzen anderen Pakete hier, das ist meistens nicht auf Port 80 gewesen, sondern auf verschiedenen Ports. 3060, 2720. Ja, also wir sehen hier, das ist tatsächlich gar nicht so super, super interessant. Was wir jetzt allerdings machen können, ist natürlich untersuchen, wer greift auf diese Website zu. Mach ich mal ganz kurz. So, und wir sehen, dass wir nichts sehen. Warum sehen wir nichts? Das ist vielleicht auch eine interessante Idee, weil wir natürlich diesen ganzen Traffic gar nicht sehen wollen. Wir haben das quasi im Server so eingerichtet, aber das wiederum ist Teil von einem anderen Video. Also wir haben den Traffic halt quasi weitergeleitet. So, deswegen machen wir jetzt hier einmal ganz kurz ein anderes Interface, genau das hier, und sagen hier mal TCP-Port 80. Und jetzt gehen wir nochmal her und greifen einmal auf die URL zu. Ich mach das absichtlich auf einem anderen Bildschirm, damit ihr es hier live mitverfolgen könnt. Und jetzt sehen wir hier, Port 80 geht komplett steil. Geht komplett Rampage, weil wir natürlich jetzt hier auf unsere OpenSense zugegriffen haben. Und das ist natürlich genau das, was wir in der Netzwerkkonfiguration eingetragen haben. Hey, bitte leite doch den Traffic, der auf Port 80 kommt, direkt einfach weiter. Der soll bitte direkt einfach an die VMBR 0 gehen. Da sehen wir natürlich auch dann, was das genau eigentlich sein soll. Okay, das sind so die wichtigsten Dinge eigentlich hier für TCP-Dump. Ihr könnt selbstverständlich noch sehr, sehr viel mehr Filter eintragen, Protokolle eintragen. Aber das ist im Endeffekt genau gleich wie bei Wireshark. Ihr könnt euch das dort genauer angucken. Und ja, vielleicht habt ihr dann dort ein bisschen was, was ihr auf eurem Server mitschneiden lassen könnt. Nächstes Video, ich wollte euch jetzt mal ganz kurz TCP-Dump vorstellen. Nächstes Video schauen wir uns noch eine andere Idee an. Und wir hören uns bis dann wieder. Bis dann, ciao.